Dieser Resus-Affe war im All. Das zumindest verkündete Irans Präsident Hassan Rouhani auf seiner Internetseite. Damit hat der Iran eigenen Angaben zufolge schon das zweite Mal einen Affen ins Weltall geschickt. Der erste soll im Januar 120 Kilometer weit ins All geflogen sein. Jedoch kamen damals Zweifel an dem Erfolg auf, da die veröffentlichten Fotos vor dem Flug offenbar ein anderes Tier zeigten als danach. Im nun zweiten Versuch soll erstmals flüssiger Brennstoff in der Rakete verwendet worden sein. Im Rahmen seines Raumfahrtprogramms meldete der Iran immer wieder Durchbrüche, die keine unabhängige Seite prüfen konnte. Das Land will bis 2018 einen Menschen in den Weltraum schicken.